Guten Morgen, liebe Rasenspfeaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs nach Gronau. Gronau an der holländischen Grenze. Weit weg von Giffon. Wir werden uns einen Topdresser angucken. Ein altes Gerät, ein Rasensander. Ich möchte nicht wissen, wie alt das Gerät ist. Ich möchte es nicht wissen. Aber es soll funktionieren. Es soll wenig benutzt worden sein. Und ja, das wollen wir jetzt vielleicht kaufen. Ihr werdet es erleben. Viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. Oh, da steckt Arbeit drin. Ja, wir sind unterwegs. Wir sind auf dem Rückweg. Ich habe mir einen gebrauchten, uralten Topdresser gekauft von Turf Co. Ich kann das gar nicht aussprechen. Med-A-Matic Topdresser. Zum Besandten von Rasenflächen. Ich wollte immer schon so ein Gerät haben. Ich habe mir lange danach gesucht. Die Dinger sind echt wahnsinnig teuer. Und jetzt habe ich mich doch entschieden, hier so eine alte, verwarzte Krücke zu kaufen. Ach, da muss ich ganz viel dran machen. Aber egal. Ich bastle ja gerne. Ja, das Ding haben wir jetzt gerade abgeholt. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Laden gerade nochmal hier unser E-Auto. Und dann werde ich mich natürlich gleich ran machen, hier die ersten Hauptschäden zu reparieren. Hier sind ein paar Reifen platt. Eigentlich sind alle Reifen hin. Wir müssen jetzt mal die Reifen erneuern. Und ja, dann muss noch eine Spannrolle gleich repariert werden für den Antrieb. Aber sonst funktioniert das Gerät. Also es ist tatsächlich gelaufen. Wie funktioniert das? Ganz kurz erklärt. Also hier oben kommt der Sand rein, wie der Trichter. Und dann gibt es da ein Förderband. Das ist leider ein glattes Förderband. Ich hätte mir eigentlich ein profiliertes Förderband gewünscht. Okay, es ist glatt. Das fördert den Sand nach hinten. Und diese Bürste bürstet den Sand dann gleichmäßig auf die Rasenfläche. Bin mal echt gespannt, wie das funktioniert. Ja, ein Kackbrauen. Die Farbe ist gruselig. Da müssen wir was tun natürlich. Mal gucken, wie viel wir daran rumreparieren müssen. Er ist immerhin gut gewartet. Das heißt, die ganzen Lagerungen sind gefettet. Das sieht jetzt nicht ganz so schlecht aus. Der Motor läuft gut. Der Motor ist noch nicht so laut. Honda Motor drin. Prima. Mal kurz gucken. Da ist der Honda Motor drin. Der läuft sehr gut. Also der macht einen eher sehr robusten Eindruck. Benzin ist auch drin. Sprang sofort an. Gar kein Thema. Hier ist er natürlich verbogen. Was heißt natürlich? Hier ist er verbogen. Da hat er eine fette Delle, was sie auch da mal gemacht haben. Den, das U-Profil, das muss ich wieder nachrichten. Den haben wir aus Gronau geholt. Direkt vor der holländischen Grenze. Das ist alles nicht mehr so ganz funktionsfähig. Aber das kann man ja alles reparieren. Das ist ja das Schöne. Ja gut. Ja, es gibt da ein bisschen was zu tun. Wir sind zu Hause. Wir waren ja sieben Stunden wieder unterwegs. Ich bin so ein Haufen Schrott. Oh Mann. Wir werden es mal hier runterkriegen. Ich habe eine Platte dafür. Die muss ich jetzt mal rauspulen da hinten. Sehr gut. Vorsicht. So. Perfekto. Der hat keine Bremse. Wenn er rollt, dann rollt er. Ecki, kannst du noch mal vielleicht doch mit anfassen? Einmal kurz gegenhalten. Nicht, dass uns die Maschine überrollt. Einfach gerade runter erst mal. Dass wir beide einfach nur ein bisschen gegenhalten. Einfach runterziehen. Genau, gegenhalten. Ich weiß nicht, wie stark sie jetzt rollt. Du lenkst ein bisschen noch. Andere Seite, andere Richtung. Okay. Das war jetzt irgendwas. Oh, nix. Bessert nix. Gut. Ganz easy. Rollt doch ganz leicht. Rollt gut. Der dreht ja echt auf dem Kreis. Das hat ja ein Differenzial drin. Das ist natürlich mega. So. Na, so ein kleines Maschinenchen. Das war das Nächste, dass die Maschine läuft. Wir machen jetzt unter Zeugen einen ersten Test. Wir kippen also hier jetzt ein bisschen fantastisches Topdressing-Zeug in die Maschine. Dann starten wir die Maschine. Das müssen wir noch ändern. Das ist nicht so gut. Wir brauchen hier den Zug außen. Das werden wir auch umbauen. So. An. Läuft. Und jetzt. Und was? Geil. Was passiert? Unfassbar. Unglaublich. Ich habe nichts gesehen. Wie war das denn? Wie war das denn? Komplett gleichmäßig? Ja. Hat er gut gesprüht? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Geil. Super geil. Ich muss die Reifen wieder heil machen. So Freaks. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr werdet in den nächsten Videos sehen, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Was ist das? Ist das der Hammer? Der ist schon weg. Der ist schon quasi drin. Unglaublich. Bis zum nächsten Mal.